Mein Name ist Alexander Brederich, ich bin Facharbeiter für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es nochmal um Tierhaltung. Ich hatte ja relativ viele Videos, also eine kleine Serie zur Frage, Haftung für Schienen für Tiere in Mietwohnungen gemacht. Und jetzt kamen so ein paar Anfragen, dass ich doch vielleicht nochmal grundsätzlich erklären soll, wie das überhaupt mit Tierhaltung in Mietwohnungen ist. Wie sind die rechtlichen Grundlagen? Wenn ich ein Tier habe und mir eine Wohnung biete, dann ist der richtige Zeitpunkt, um mir zu überlegen, ob ich dieses Tier in der Wohnung auch halten darf. Ich kann natürlich mit dem Vermieter direkt eine Vereinbarung schließen. Wenn ich das mache, dann ist die Haltung des Tieres auch zulässig. Also wenn ich einen Schäferhund namens Fiffi habe, der ist vier Jahre alt, und schreibe in den Mietvertrag zusammen mit dem Vermieter rein, dass ich meinen Hund, Schäferhund Fiffi, alte vier Jahre in der Wohnung halten darf, dann ist das Mietvertragsrechtlich auch kein Problem. Das ist ja eher der seltenere Fall. Meistens hat man ja eine Wohnung angemietet und will dann irgendwann mal ein Tier halten. Und jetzt sollte man dann folgendes machen. Zunächst guckt man mal in den Mietvertrag. Was steht denn da zur Tierhaltung? Jetzt gibt es sehr häufig in Mietverträgen gar keine Regelung. Und es gibt auch häufig Regelungen, die sehr rigoros sind, nach dem Motto, Tierhaltung ist verboten. Solche Klauseln, die eine generelle Tierhaltung verbieten, sind unzulässig. Und ich schildere jetzt mal kurz den Fall, dass wir entweder nur so ein generelles Verbot haben, das unzulässig ist, oder dass wir gar nichts dazu haben. Also keine Regelung. Dann gilt nämlich immer das Gleiche, dann gilt die gesetzliche Regelung. Und das Mietrecht ist ja im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, geregelt. Und jetzt wird man das BGB erfolglos durchblättern, wenn man da eine konkrete Regelung zu Tierhaltung und Mietwohnung sucht. Die Rechtsprechung findet trotzdem was. Und zwar in 535 Absatz 1 BGB. Dort ist geregelt, welcher mietvertragliche Gebrauch, der für den Mieter zulässig ist. Also worauf der Mieter einen Anspruch hat. Das ist dann ganz allgemein geregelt. Und daraus nimmt dann eben die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der hat sich nämlich zu diesen Dingen jetzt schon mehrfach geäußert, folgendes. Und zwar muss man erstmal gucken, was ist das für ein Tier. Der Mieter darf immer in solchen Fällen richtige Kleintiere halten, wie, also ich sag mal so, alles was so ganz klein ist, Hamster, Meerschweinchen, Zierforsch, wenn eine Art gerecht gehalten wird, Fische, das darf der Mieter alles mietrechtlich halten, ohne Genehmigung. Und wenn das sogar im Mietvertrag verboten ist, per allgemeiner Geschäftsbedingung, ist das verboten unwirksam, also das darf man immer halten. Wohl auch Katzen, weil auch da sagt der, wenn jetzt also im Mietvertrag keine Regelung oder eine unzulässige Regelung ist, dann wohl auch Katzen. Und kritisch wird es vor allen Dingen dann immer bei Hunden. Und bei Hunden kommt es dann sehr genau darauf an, welche Hunde und wie konkret ist dann sozusagen die Einzelfallsituation. Sprich, ein Blinderhund werde ich immer halten dürfen. Wenn ich blind bin und brauche diesen Hund, den darf ich immer halten. Da habe ich immer einen Halspuck drauf. Wenn ich aber jetzt einen Pitbull halten will, dann wird es schon schwieriger. Da kommt es sehr stark auf den Einzelfall an, insbesondere bei Kampfungen, bei diesen sogenannten Kampfungen, die auf diesen Verordnungslisten stehen. Da sind die Gerichte sehr restriktiv. Da bekomme ich schnell Probleme, unbedingt vorher dann um Erlaubnis bitten. Und wenn die Erlaubnis erteilt wird, hat man kein Problem. Wenn sie nicht erteilt wird, dann muss man spätestens Rechtsrat einholen. Wer einfach so dann hält ohne Erlaubnis, der hat zumindest das Problem, dass er eine Abmahnung bekommen kann, im Wiederholungsfall sogar die Kündigung. Und parallel kann der Vermieter auch von Unterlassung der Haltung klagen. Also im schlimmsten Fall muss man dann sein Tier weggeben. Selbst wenn wir eine gestattete Tierhaltung haben, oder nach dem, was ich gerade gesagt habe, die Tierhaltung grundsätzlich zulässig ist, kommt es auch nochmal auf den Umfang an. Zucht in der Wohnung ist ja immer, wenn man Tiere wirklich richtig gewerblich züchtet, das ist immer verboten, weil es kein Wohnraum mehr, also keine Wohnraumnutzung ist. Und wenn man den Umfang der Haltung so ausdehnt, dass da eben von bestimmten an sich zulässigen Tieren, zum Beispiel Katzen, ganz viele gehalten werden, dann kann das auch grundsätzlich sein. Ja, also das kommt dann, die Rechtsprechung ist dermaßen schwammig, das kommt dann sehr stark auf den Einzelfall an, man kann aber entlang so gewisser Richtlinien, das, wie der Bundesgerichtshof aufgestellt hat, ungefähr prognostizieren, ob so eine Haltung zulässig ist oder nicht. Ich werde in dieser Folge jetzt hier noch erstmal Schluss machen, aber wir werden noch weitere Videos machen, zu den Einzelbedingungen, unter denen dann vielleicht doch genauer abgegrenzt werden kann, ob die jeweils verlangte Haltung zulässig ist oder nicht. Natürlich, ein Pferd darf man sich in der Mietwohnung halten. Aber, das hat sogar mal ein Gericht hier in Berlin entschieden, ein Amtsgericht, da durfte der wieder einen Schwein an, einen Hängebuchschwein. Ja, also breite Palette. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017